Hallo, Servus bei Zuhause Unterwegs Heimat Neuendeggen. Heute gibt es noch eine kleine Abendrunde im Bayerischen Wald und zwar geht es vom Wanderparkplatz an der Berghütte Schaeben jetzt erstmal rauf auf den Hochstein, dann weiter zum Enzern und zum Schluss dann auf den Heugstadt und am Heugstadt, da werden wir uns dann einen Sonnenuntergang anschauen und dann geht es im Dunkeln wieder runter zum Parkplatz. Ja, da ist jetzt schon der Hochstein, 1134 Meter ist der hoch, von da oben gibt es eine tolle Aussicht, da oben gibt es einen Gipfelkreuz und darum steigen wir da natürlich auch hoch. Ja. 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 Ja und weiter geht es jetzt in Richtung Enzian. Ich muss mich jetzt nur ein bisschen sputen, weil bis ich mir meine Kamera wieder geholt habe und zusammengebaut habe, dabei ist meine Frau schon immer ein paar hundert Meter weiter vorne und mit Warten hat es es heute anscheinend nicht. Ja geht doch, man muss nur einmal richtig schimpfen. Wir sind jetzt am Hüttelschachten und hier gibt es jetzt erstmal was zum Trinken und dann macht man uns an den Aufstieg hoch zum Enzian. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind am Gipfel vom Enzern angekommen. Der hat eine Höhe von 1287 Metern und ist somit auch der höchste Punkt der heutigen Wanderung. Weil da oben so ein richtig kalter Wind jetzt geht, gehen wir jetzt weiter zum eigentlichen Ziel der heutigen Tour, nämlich dem Heugstadt. Ja, ein letzter Blick zurück auf den Enzern. Es ist der Harom derzeit wunderschön. Der Wind stört ein bisschen, aber in der Senke, wo wir gerade sind, zwischen Enzern und Heugstadt, da geht es einigermaßen. Die Sonne, die steht jetzt schon sehr tief, die Bäume werfen lange Schatten und es ist ein ganz weiches Licht momentan. Eine ganz besondere Stimmung, richtig, richtig schön. Musik 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 Ja, wir sind am Gipfel des Heugstadt angekommen. Eine Höhe von 1262 Metern hat der und ein sehr außergewöhnliches, aber doch schönes Gipfelkreuz. Musik Musik Ja, wir werden uns jetzt da Harom noch ein ruhiges Plattsaal suchen. Ein windstilles Plattsaal, um den Sonnenuntergang zu genießen. Wenn ihr dabei bleibt, seht ihr nur noch schöne Aufnahmen. Ansonsten sage ich an dieser Stelle Danke fürs dabei sein und Servus bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020